Ja hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Let's Play von Second Days to Die. Ich versuche mich mal dran. Ich bin seit langem müde. Gucken was sich alles so getan hat. So, dann versuche ich hier mal kleines Häuschen aufzubauen irgendwo an der schönen Stelle. Aber dazu brauche ich erstmal Stöckchen. Wo ist das Stöckchen? Jetzt nehmen wir natürlich alles mit. Wir können es brauchen. Stöckchen. Oh, da ist Müll. Super. Wolle ist auch gut, dass man das nimmt. Jetzt haben wir hier keine Stöcke oder was? Was ist denn hier los? Ein bisschen. Oh, oh, oh. Go, go, go. Ich hab Bock auf euch. Gab noch nichts. Wo sind die Stöckchen? Ja sag mal, das gibt es doch nicht. Mach mal so einen Vogel. Einen Griecher. Und wo kommt ihr denn alle her? Die alle gehen zu Hause. So, Stress. Ja, wir nehmen alles. Die Bäume sehen auch ein bisschen komisch aus und haben so ein bisschen Müll gebaut. Das wird ja einschlagen, aber ich traue mich noch nicht so. Die Gräne-Stecker, die ist so traurig, ey. Müll über Müll. Aber keine Stöckchen. Ja, stundenlang auf den Baum entknüppeln. Okay, keine Lust. Also, haare mal. Fackel hab ich schon in den Turmel? Hier geht der Code und Power. Flower? Nope. Ach, hier siehst du wohl. Das Baby, ich habe ein Stöckchen gemacht. Na los, schenke mir ein bisschen Gas. Da hin, da, ne, falsch. Ich brauche erstmal spitzen Steinchen. Zack, zack, zack. Dann kriegt man sofort raus und dann kann es los hier. Guck mal, ein paar Bäume schon, hage. Dann machen wir das unten hin. Sehr schön. Dann haben wir noch mehr Stöckchen, ne? Ja, das sind mehr, das ich gespielt habe, ey. Ja. Hm, wir strümmen. Traurig. So, am besten irgendwo in der Nähe des Wassers wäre schon gut. Ich hab kein Bock richtig, die zu schlagen. Ich mach trotzdem. In your face. In your face. Was wir hier noch schöner drauskriegen, bis sie ein Geteil kommt. Uuuh! Dann krieg ich ja einfach hier so rum. Okay. Lass den Kuppen hier hängen, Köhler. Oh, was wenigstens hat er mich hier war und mit dem... Ja, 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 ja. Hach. Sind schön. Wenn ich doch heute nicht arbeiten müsste. Ja, dun, dun. Ja, Mensch, wo gehe ich hin? Da sieht die kleinen Bäume, sehen schrecklich aus. Oh der. Ach, da hinten der dicke, Alter. Wer kriegt die Faust danach? Ich sehe das schon kommen. Ich sehe es schon kommen. Nein, 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 nein. Das war zu nah. Du hältst heute raus. Ich hätte ja dann mal jetzt hier aus dem Wasser geschildert. Dann ziehen wir weiter. Boah, kleine Steinchen. Kleine Steinchen. Sollte mal langsam mich drum kümmern. Vielleicht mal ein bisschen Holz zu fällen. Damit ich mir mal hier endlich ein kleines Grundtürst drauf kommen kann. Ja, verschwingt der Mann. Ich habe eine Frau. Oh. Hello, Forest. Ih, da sieht sie sehr karg aus. Ah, ne, doch nicht. Da, 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 da. Äh. Oh, ja. Könnte man nicht. Man kann doch schon... Bestimmt man. Man könnte doch eigentlich schon... So, 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 so. So einen Armbrust craften. Das ist eigentlich schon reichen. Jetzt darf den Körper. Ähm. Gucken wir mal. Info. Bom. 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 Craften. Lass man das mal durcharbeiten. So, jetzt mal ein paar Sturckchen mitnehmen. Wie gäbe sie ja schon herumzumeckern eh. Ah, kicke mal, ey, na schau. Das wird oh mir fallen. Search. Machen wir. Damit sie alle richtig kommen. Wir brauchen Leder. Animal Fett sendet. So. Dann. Oh geil. Handclothes. Wo kommen die denn her? Ich sehe ja vielleicht aus. Charakter. Kann ich mir nicht anziehen. Hallo. Ah. Keiner. Schau. So. Blick hier. Ist richtig bestimmt sehr gut. Na ja. Verschwinden wir. Da ist nochmal ein Tiersche. Wollen wir nicht. Ah. Die sind doch eigentlich schnell. Die Viecher. Crafting. So. Was brauchen wir denn noch? Ähm. Plant Fever. Wir brauchen eine. Rapon. Zack. Und dann brauchen wir ein Crossbow. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gut. Es wird so viele Stichs erhöht. Er wird ja später. Lass mir nochmal Ruhe, Mann. So. Da steht ein Kaiken ohne. Ähm. Ähm. Wir crafting doch mal. Ach. Hier drei. Und jetzt. Ach so. Da unten. So wir rufen schon mal weiter, nehmen wir noch ein bisschen was mit hier, zack, komm zu mir, so langsam, wollen die runterfallen, nein, oh, schön, da reicht alles, dich da hinten nicht, da habe ich keinen Bock drauf, picki, 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 pick, 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 da, 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 alles ein bisschen sticky, so jetzt ist er eigentlich mein Boden fertig mit dem Craft, yes, bum bum, dann machen wir uns noch ein paar Pfeile, wo sind sie, wo sind So, sind's Crossbow Bolt. Okay, machen wir jetzt mal scharfe Steine dafür. Hm, doch, ja. 24 reichen. Löffelte mal, ja, auf der Scheune. Ja. Das war doch der 12 hier. Gott, hängt mich wieder raus. Iiiiih. Ein Paar für Öl. Haben wir schon? Was macht das denn denn? Ach. Das ist eine Wurzel. Man muss so genau platzieren wieder hier. Dann machen wir doch. Da können wir schon mal achtet aufbauen. Da können wir eigentlich auch gehen. So, gut. Ich denke, das reicht erst mal für den Anfang. Und ja, wir werden später weitermachen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, euer Flashy. Da, du, das ist ja auch directorier.